Es waren einmal die Brüder im Wind, ein Adler und ein Jünger. Gut gemacht, Samuel! Fangen wir ganz von vorne an. Er kam als Prinz zur Welt. Wie geht's, Lukas? Ein Wind, komischer Junge. Ihre Geschichte, so schien es, war vorbestimmt. Hab keine Angst. Ich tu dir nichts. Du musst ganz schnell mit den Flügeln schlagen. Er ist noch zu jung. Dann einfach so. Und wie geht's aus? Manchmal ist es viel wichtiger, seine eigene Geschichte zu erzählen. Ja! Du kannst fliegen! Ja, Aubel! Ich habe ihn gefunden. Nein, mein Sohn, er hat dich gefunden. Ich grüße euch! Ich bin ein Schwein! Was ist ein Schwein? Und...